Hallöchen und Fick und Willkommen zu einer weiteren, neuen, wunderschönen Folge Minecraft Empire mit Muuuuh Und heute endlich mal ohne Petrit, denn der ist Essenfarben gegangen, deswegen ist der nicht da Ist weg, nein, eigentlich ist er gestorben Er ist einfach verschwunden Und hier vergesst mein WhatsApp-Webtisch zu machen, es tut mir leid So, wir haben auf jeden Fall einen Namen für unsere Gruppe Moment, was ist das denn hier? Das sind meine Haustiere Haustiere Fidolin und Aguris Guck mal, ich kann es auf den Kopf nehmen Also rein theoretisch müsste es ja eigentlich den beiden so agen wie meiner Schlange, ne? Äh, nein Nein Du kannst eine davon haben, aber eigentlich ist Fidolin mein Liebling Ey Komm, Fredo, wir gehen Nein, lass Fidolin hier Komm, Fredo, wir gehen Nein Ey Okay Das merke ich mir Das merke ich mir Okay Das ist, weiß ich, da jetzt kommt voll die Drohung Das merke ich mir Das merke ich mir Das merke ich mir Hey, du drückst sie Lass sie wieder fallen Das merke ich mir Das merke ich mir Das merke ich mir Äh, wir sind die Knochenbrecher, Ueli Die Knochenbrecher, natürlich so will die Knochenbrecher Wir sind die Knochenbrecher Brecht eure Knochen, habt ihr das gehört? Oh Aber ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal gleich mit meiner Schlange Gassi Weil Fidolin ist Gassi Ja, Fidolin ist das Du kannst jetzt eben erstmal Oh Gott, oh Gott, oh Gott Nein, der ist tot Oh Gott Oh Vollidiot Ich gehe mit Aguris Aguris, wo bist du? Ah, wir haben Eier Guck mal, wir können eine neue machen Ey Die ist auch tot Ah Du tötest keine ganzen Schlangen Ah 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 Das kann nicht sein Fidolin muss wieder belehren Du darfst auf jeden Fall nichts machen, du musst warten Dann machst du eine Fackel dahin Ja, die brauchen auch Wärme Kommt er jetzt mal her Stella Wachs Du musst den Regenplatz auf Boah Ja Ja Fidolin Yeah Fidolin Ich gehe Gassi, tschüss Fridolin hat schon wieder was getötet Ja Ey was, das wächst bei mir, das funktioniert bei mir nicht Die schlüpft nicht Oh nein Ähm, ja das passiert Weil ich glaube Du bist kein guter Papa dafür Ich bin gleich guter Papa Kein guter Schlangenpapa So, ich gehe mal hier oben Gassi ey Oh, was haben die denn hier gebaut Hier oben ist eine riesen Mauer, lol Eine Mauer? Ja, ja Die Mauer muss weg Du weißt, was die vorhanden Mauer muss weg Egal, ich gehe mal ein bisschen Gassi Oh, du hast 20 Felle Stimmt, du hast so ein Ding jetzt, ne? So, 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 so andere, andere Schuhe Ja, ich habe richtig gute Schuhe Die sind richtig stark So, oh, das ist echt krass Die haben hier eine riesen Mauer gebaut Wie nenn ich denn? Herbert Herbert? Okay Das ist Herbert Hallo Herbert So Fidolin, du musst mal kurz hier runter gehen Ich muss mal kurz essen Bleib stehen Herbert hat es sich gemütlich gemacht Achja Mein Fidolin So, die da drüben töten auf jeden Fall ein paar Hühnchen gerade Die sind Massenmörder Ja, hörst du das? Also das Ding ist Ähm, da wir ja jetzt die Knochenbrecher sind Können wir ja schon die Knochen brechen Ich würde deren nochmal gerne brechen, ja Ja Sehr, sehr, sehr gerne brechen Achja Scheiß Wasser hier Das würde ich eigentlich gerne komplett weg machen für die Das können wir ja nicht machen Stimmt, ne Eigentlich Eigentlich kriegen die Wasser von uns Oh Ist der Fall Ja man, die Scheiß ist halt, ne Müssen wir halt irgendwie anders regeln Weil das Hauptproblem ist halt, ne Das, äh Die Schlangen erstmal sterben, wenn wir da durchgehen wollen Ja, der Eingang ist, äh zu niedrig wahrscheinlich Ich Sei nicht schon wieder gestorben? Nö, dass du die aber grad verhindern Dass das nochmal passieren kann Ich dachte schon, die ist schon wieder tot Achja Sinolin Du geiles Song Wie war das damals eigentlich? Konn, es gab doch sowas Ging das? Ahja Ich erinnere mich wieder Streppen Treppen Wir haben Treppen Ja Weißt du, was würdet ihr nur ohne mich tun? Was würdet ihr nur ohne mich tun? Ich weiß es nicht Ohne mich War da oben grad jemand? Ich dachte schon, da war jemand Zack Gucket ihr an hier Fuck ich habe kein Häusler Nein Herbert Gehts dir gut? Da, da, da Hey Oh, Herbert Oh Gott, oh Gott Oh Gott, oh Gott Der zieht auf mich, er zieht auf mich, er zieht auf mich, ey Was, 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 was? Wo? Herbert, komm wir gehen gucken Mo? Mo? oh scheiße, oh scheiße, oh fuck, da gibt's raus im Schaden was war das gerade? Leute, das ist mir nicht geheuer ich muss, bin ich ausgerüstet ich hab, ich hab Holzrüstung nehmen wir noch ein bisschen Holz oh, das kann ich hier gerade kurz oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck oh fuck, oh fuck Herbert, komm, Herbert, Herbert, hilf mir, Herbert Herbert, wo bist du? Herbert, ich brauche deine Hilfe wo ist Herbert? äh Herbert! oh nö okay, ich muss jetzt erstmal retten da ist Herbert, die haben Herbert entführt die haben Herbert entführt rückt Herbert raus rückt ihn raus die Schlange hat selbst rückt Herbert nein rückt Herbert oh mein Herbert verpiss dich oh man okay, ich versuche die Basis hier noch schöner zu machen wenn ich Herbert vielleicht wieder bekomme, muss das hier alles schön sein verdammte Scheiße, Mann das ist doch kacke das ist, ich mag diese Revi nicht ich habe das Gefühl, der ist nur auf Böses aus nur auf Streit, auf Stress ich mag keinen Stress das ist falscher Holz ach man, komm, dann machen wir es jetzt wenigstens hier schön, damit Herbert sich sehr wohlfühlt, wenn er wieder nach Hause kommt ich werde Herbert befreit, ich weiß auch noch nicht wie aber das werden die hinkriegen das packen wir hier rein das nehmen wir wieder mit tschüss, Axt so, kommt die auch noch in der Treppe rein, so ey, du hast doch noch was in der Hand gehabt nein, ich habe nichts in der Hand möchtest du Herbert und Mo jeweils wiedersehen, wo ist Herbert? ja, bald Mo, das ist mir gar nicht wie Herbert wo ist Herbert, Mann, wo ist der? Mo, wo ist der? jetzt sagen wir dich, dass ihr Herbert verloren habt wo ist Herbert? wo ist Herbert? ich habe Herbert mit zu euch genommen wo ist der? warum hast du Herbert mitgenommen? bist du bescheuert? weil wir ihn erpresst haben jetzt halt das Maul, Earlyboy pass mal auf, mein Freund wir machen das jetzt auf anderen Wegen, ja? ich habe keine Lust mehr dass ihr hier ständig an unserer Mauer rumstolziert und rumspektakuliert und weiß ich was ich hab da ehrlich gesagt, das ist Patrick ständig hey, 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 leg deine Waffen nieder leg alle deine Waffen nieder Waffen niederlegen Waffen niederlegen wir sind heute gleich Earlyboy, Waffen niederlegen sehr gut, so wir sind heute gleich auf, Earlyboy, ja? Patrick ist nicht da das heißt, es steht 2 gegen 2 und wir haben eine deutlich bessere Ausrüstung als ihr wenn du, Mo, jemals lebendig wiedersehen willst sonst kommst du jetzt mit und ich erkläre es dir komm, los rein komm ich will nur her, Herbert Mo, aus was besteht diese scheiß Rüstung? ey ich kann euch das nicht sagen aus was besteht die Rüstung, Mo? frisch ich kann das nicht sagen, wirklich nicht weg da Kevin, weg da ich übernehme das, ich übernehme das nein, 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 bitte nicht schießen Mo, aus was besteht die Rüstung? aus einem Tier aus welchem Tier aus einem Dachs aus einem Dachs? aus einem Dachs? ja hör auf mich an zu lügen, aus was besteht die Rüstung, Mann? nein Mo ich komm frei ich komm sofort hierhin zurück ich komm sofort hierhin zurück, Mo los rein in deine Zelle rein in deine Zelle, rein in deine Zelle, mein Freund ich sag die Wahrheit wir können das immer und immer wieder machen, Mo ich sag die Wahrheit rein in die Zelle, zurück mit dir, los es besteht aus einem Dachs die Sachen lässt du da liegen, ist das klar? ja die hole ich mir jetzt rein in deine Zelle, zurück, so aus einem Dachs also Earlyboy, hast du gehört? ja, was? wir möchten gib mir mal die Rüstung, Kevin gib mal her die Schuhe gib mal her Earlyboy, diese Schuhe möchten wir wir möchten eine komplette Rüstung daraus haben fahren wir uns das Zeug was auch aus immer das besteht, los wir möchten hey, hey hör auf die Mauer abzubauen ne, sorry wo krieg ich das her? für so ne Rüstung halt's Maul Earlyboy wo kriegt man das her, Mo und wie viele Fälle braucht man dafür? ich hab's auch gesagt von einem Dachs wie viele Fälle braucht man mindestens? für eine, für Schuh braucht man vier Stück vier Stück lass uns mal überschlagen wir wollen mindestens wir wollen mindestens wir wollen mindestens 28 Fälle haben seitdem 28 Fälle wo war nicht los nein Earlyboy, tu es bitte Earlyboy, wo leben diese Viecher? mach dich auf den Weg im Sumpfgebiet mach dich auf den Weg verdammte ja, ich geh ja schon ich geh ja schon lass Herbert ich will erst sehen, dass Herbert lebt wo ist Herbert Earlyboy, Herbert geht's gut jetzt verschwinde los, raus Herbert geht's gut ich glaube echt nicht ich glaube echt nicht ich glaube echt nicht was für ein Morphug? nimm das Schwere und hau ab jetzt raus jetzt hier nein, ich geh, ich geh zurück los rein da raus jetzt hier, los mach dich auf den Weg was hättet ihr noch bereut das werden wir noch bereuen ihr werdet es noch bereuen sich jemals mit uns angelegt zu haben so jetzt verschwinde Earlyboy so Mo, nun zu dir jetzt zu dir Mo jetzt zu dir Och Menno Wo krieg ich denn für ist es, ist es das? ja das ist es, das ist es was die haben wollen 28 wollen die von wo kriege ich denn jetzt auch 8 Stück davon her? ok 20 haben wir auf jeden Fall schon mal das ist schon mal ein Anfang oh man ich will ach die soll Herbert nichts tun Scheiß auf Mo ich will Herbert ich hab mich grad der ist grad er ist geboren Sumpf da hinten ist Sumpf ne? ja Verdammte Scheiße Aua Mann ey jetzt muss ich diese Scheiß Dachse oder Scheiß da finden auch diese Scheiß Fell damit ich diese Scheiß Mann warum machen die das denn? das ist doch Scheiße ich dachte wir leben hier friedlich beisammen nein so ne Kacke hier Fälle ok Fälle ich ich werd das schon irgendwie schaffen ich krieg das schon irgendwie geschaukelt oh Gott hier hoch komm und was mach ich denn wenn ich keine finde? dann werd ich die wieder sehen oder was? ach verdammte Scheiße muss ich sagen ich hab ein wenig Angst das ist nur Gras was sich bewegt ich hab ein wenig sehr Angst wo soll denn hier im Sumpf Dachse sein? hallo? oh 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 oh